Ähm... Ehrlich gesagt, keine Ahnung woran wir jetzt gerade gestoppt sind. Die Granaten! Äh, ne, das da. So. Fuck. Ich hab die Waffe gar nicht mitgenommen. Äh... Stirb. Stirb. Äh, wo bin ich? Fuck. So. So. Jetzt haben wir auch ne vernünftige Waffe. Zwar nicht mit viel Munition, aber immerhin ein bisschen. So, und jetzt ist die Frage... Können wir jetzt den Boss hier umbringen? Denn es ist definitiv ein Boss-Gegner. Äh, vier? Genau. Irgendwo müssen doch hier Mobs sein. Hintern hier bleiben! Aufgemacht! Neun Uhr! Machen wir den Sack zu! Geht da rein! Verkömmt! Ich gehe heim! Alle auf den Boden! Die Bedenkung! Bist du hier? Naja! Ja! Geht da, wir werden lassen, hoch! Aah! Und vor dem Falsch! Oh! Das ist der Ratsch! Das ist der Ratsch! Ach! Wir haben eigentlich schon gemacht, weiter. Runter, runter! Geht bei den Platzen vor! Spül den weg! Nicht weiter, mach los! Scheiße! Stirb! Spül den weg! 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 Wow! Es ist gerade irgendwas explodiert und wir haben immer noch ein paar Gegner, aber der Boss ist tot. Der Boss ist nicht tot. Wow. Äh, okay. Hier kommt jetzt ein Mächt. Ähm, dieser Mächt, der ist mächtig. Scheiß Wortwitz. Spült ihn weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg mir! Fuck. Granate da. So, komm, du explodierst jetzt. Warum? Das Spiel macht mich gerade ein bisschen gekloppt. So, meinst du? Oder gebrenzt? So, ich krieg Schaden. Von irgendwo hier. Brennen. Was? Warum? Wie macht der das? Wenn ich dem diese Granate auf dem Hals werfe, der müsste doch bestand werden. Wurde entdeckt. Wurde entdeckt. Mal ganz so knapp gesehen, dass ich nicht schlafen wurde, er jetzt wegkommt. Nein. Boah. Jetzt hab ich mich selber in die Luft gejagt. Verdammt. Wurde entdeckt. Wurde. 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 Und gesund werden. Perfekt. So. Gibt es mehr Granaten? Nein. Natürlich nicht. Brennen können wir gerade auch nicht mehr. Wo bist du? Klar. Brennen. Nicht, nicht, nicht. Nicht sterben. nicht haben. Wow. Er brennt schon. So, jetzt aber. Komm, stürm. Wir haben keine Granaten, ja? Wow. War's das? Oder war das jetzt auch nur der Anfang? Im Moment sieht alles relativ ruhig aus. Okay. Das ist die Frage, wo geht's weiter? Meiner Meinung nach hätte das ja schon der Endboss sein können, ne? So. Hier kamen wir, glaube ich, her. Oder? Naja, scheinbar nicht. Ein bisschen Munition sammeln wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So. Schon mal 30. Und wenn's nur die billige MG ist, Hauptsache wir haben ein bisschen Munition. Das ist die Waffe, die wir schon haben. Okay. So. Boah. Das ging grad schon so ein bisschen an die Substanz. Wir sind bei 38 Minuten. Lade. Kannst auch mal speichern, bitte. Ich hab' den Kampf geschaffen. Hört her. Hier ist Jin. Dieser Kommandeur am Funkgerät. Er verfolgt mich. Er weiß, dass ich hier irgendwo bin. Ich werde versuchen, ihn zu umgehen und die Basis des Turms zu erreichen. Macht schnell! Nein! Ich weiß, ihr könnt mich hören. Ich habe ein Team-Karten. Sie muss euch viel bedeuten. Gesässigter Familie. Okay. Was ist noch immer jetzt passiert? Wow. Wir können jetzt kaufwegen. Das ist voll die Ultra-Waffe hier. Vor allem hat die mehr oder weniger unendliche Munition. Macht nur nicht ganz so viel Schaden. Also, man muss schon ein paar zu kurz drauf halten. Was kommst du denn her? Brenne! Hey, du sollst brennen! Oh. Oder explodiert. Ja, wenig Munition. Schade. So. Da hinten sehe ich jetzt gerade noch einen. Zwei. Und... Wow. Leute mit Schäden. Wow. Und hier hinterher verstecken. Die mit den Schildern sind gemein. Wow, 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 wow. Leute. Wie gefällt dir das? Einfach so in die Fresse kriegen. Okay. Wir tauschen... Wir tauschen... Die hier. Gegen das... Gegen den Sniper. Schätzungsweise haben wir eben einfach nur viel Munition von dem Ding gekriegt. Und... Oh. Oh. Das ist sehr geil. Gut. Das ist natürlich noch cooler. Granaten. Sehr schön. Ruzzis braucht kein Mensch. So. Achso. Okay, das wäre Schild weg. Ja. Will ich aber schon wieder haben. Danke. Schild ist schon geil. Gut. Am nächsten Speicherpunkt machen wir einen Break. Da wird der Part dann zu Ende sein. Denn ich habe keine Zeit mehr. Hier kommen wir nicht rein. Wir packen das Schild mal weg. Wir sehen jetzt hier sonst nix. Okay. Hier ist wieder so ein Terminal. Zack. Ah ja. Hat er jetzt gespeichert? Ich bin nur... 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 Wow. Achso. Das ist so eine voll automatische Sache. Okay. Ist tot. Da hat mich jemand von der Seite getroffen. Eieiei. Meine Kanzer-Eingreif-Trufe wurde ausgelöst. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich könnte hier etwas Unterstützung gebrauchen. Nein. Wow. Mann, Mann, Mann. Alles nicht so nett hier. Wie habe ich hier behandelt? So, wo kommen wir jetzt hin? Bitte speicher doch mal am Spiel. Hier fällt gleich alles zusammen. Oh, ich glaube, wir haben das Level geschafft. Hier haben wir schon ein paar Fragen. W doncs. Wons. mehr Woms. Womse. Kommen jetzt los! Okay, das Level ist zwar noch nicht geschafft, aber das Spiel hat gespeichert und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Sache und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, keep gaming und ciao!